Hallo ihr Lieben und hier bin ich wieder eure Walburga von der schönen Heldin und im McCain Store in Niederzüssen sind wunderschöne neue T-Shirts eingetroffen und wir wollen euch diese Woche mal ein ganz besonderes Bonbon geben, nämlich für alle die, die sich zu unseren Newsletter anmelden, in unserem Onlineshop, shop-schöne-heldin.de, die bekommen per E-Mail einen Code zugesendet und den könnt ihr dann bei uns einlösen. Also ganz wichtig für euch, in den Onlineshop, www.schöne-heldin.de gehen und da euch zum Newsletter anmelden und dann bekommt ihr den Code auf eure E-Mail. Also ganz wichtig, nicht einfach nur auf der schönen Heldin anmelden, weil dann kriegt ihr keinen Code. Und für unsere Stammkunden, die sowieso gerne bei uns bestellen, ist es so, ihr könnt mir einfach eine kurze Nachricht schicken und dann werde ich euch natürlich auch die 10 Euro als MSU geben, weil ihr seid ja schon in unserem Newsletter und unsere treuen Kunden. Ja und herzlich willkommen zu dieser Woche und ich beginne gleich mit den wunderschönen T-Shirts und freue mich natürlich immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr und mir auch natürlich fleißig schreibt bei YouTube. Das finde ich natürlich immer toll. Ich bemühe mich natürlich zu 99,9 Prozent, die alle selbst zu beantworten und Elke war ganz erstaunt, dass sie gesagt hat, ich hätte niemals gedacht, dass du mir antwortest. Doch klar, natürlich mache ich das. Ich glaube, ich habe noch zwei E-Mails, die ganz lang sind. Die habe ich noch nicht beantwortet, aber das kommt noch. Manchmal ist es halt eben einfach ein kleines bisschen viel und aber ich vergesse euch nicht. Also, aber nun komme ich zu unseren schönen T-Shirts. Wir haben hier meine T-Shirt-Variante jetzt für den Herbst, wo ich sage, das ist mit einem schönen kleinen Schlitz. Hinten eine kleine Idee länger. Hat den großen Vorteil, dass es natürlich einfach auch einer Frau passt, die ein bisschen Bauch hat, weil es ist hier nicht Wurst in Pelle. Es ist gut für auch die Frau mit der Oberweite und ganz wichtig, wenn ihr eine, es ist gut geschnitten und es ist groß geschnitten. Das heißt, ich habe die Kleidergröße 4 bei Markeen in den T-Shirts und habe in diesem T-Shirt eine 3. Also von daher, wenn ihr zwischen zwei Größen seid, dann bestellt bitte die kleinere. Ja und das schöne T-Shirt hat natürlich auch noch hier oben einen kleinen Rand. Ich komme mal ein kleines bisschen näher, damit ihr den sehen könnt. Und das hat 119,90, dann minus die 10 Euro. Ist das einfach auch mal ein schöner Preis für euch und ihr könnt dich freuen, es ist eine wunderbare Farbe. Es ist ein helles Lavendel, helles Fliederfarbe und die passt natürlich ganz wunderbar zu dem Frühlingstyp und natürlich auch zu dem Herbsttyp. Der kann die ruhig auch tragen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Auch die zweite Farbe davon. Wieder geeignet auch für beide Farbtypen und das ist so ein wunderschönes Nougat und ihr seht, hier oben ist der Rand halt eben so ein bisschen Gold auch, damit es halt eben auch zum Typ passt und ihr seht wieder die Größe. Das hier habe ich jetzt mal eine Größe 36 und ihr seht, das fällt schon ordentlich aus. Also ihr seid ja viel gewöhnt von McCain, die T-Shirts, die halt eben schmal sind. Die Kundin kauft die gerne eine Nummer größer, aber bei dem T-Shirt braucht ihr das nicht. Auch wieder für den warmen Farbtyp geeignet. Sehr schön. Das ist sicherlich was, wie ihr seht, für den Frühling, aber auch der ein oder andere Herbst kann das anziehen. Hier haben wir wieder die kleine, das kleine Schlitzchen. Also sehr gut geeignet für den Bauch. Oh, die Bauchfrau. Und hier haben wir einen kleinen Fuchs drauf, wie ihr seht. Und das ist eine kleine Applikation. My McCain, wisst ihr ja, steht ja für viele, viele, viele Tierschen, die in den letzten Jahren auf irgendwelche T-Shirts abgebildet wurden. Und dieses Mal ist es ein kleiner Fuchs. Eine sehr schöne Farbe in einem Mittellink zwischen Zimt und Dunkel-Orange. Also auch eine, finde ich, ausgefallen schöne Farbe, die wir nicht alle Saisons haben. Hier kommt dann eine andere T-Shirt-Variante für den Frühlingstyp. Und wir haben eine Fliege hier im Laden. Wir müssen mal wirklich eine Fliegenklatsche holen, weil, all dieweil, die Fliege, die hat mir die Tage auf eine Hose geschissen. Und da war dann Fleck drauf. Und ich habe gedacht, heiliger Bim Bam, wo kommt denn der her? Ja, und eine kleine Unterbrechung hatten wir gerade im Laden. Aber hier kommt das wunderschöne nächste T-Shirt. Und das ist jetzt einfach mit diesen goldenen Knöpfchen ein bisschen zurück. Und ihr seht, das hat einen etwas feminineren Stil durch die kleine Knöpfe auch an der Seite. Ich kriege hier Anweisung, ich falle gleich ins Schlauchwenzler. Wo ihr sagt, das hat auch kleine Turtle-Kragen, kleine Stehbündchen für alle Kundinnen, die also gerne im Herbst auch ein bisschen Wärme haben am Hals. Und es hat eine herrliche Farbe, ein wunderschöner Pfirsichton. Und der ist natürlich ganz entzückend für unsere Frühlingsfrauen aus der Frühlingsfarbkarte der Farb- und Stilberatung. Und das ist natürlich frech. Leo, ganz klar, das kennt ihr seit vielen Jahren. DNA ist Leo bei Markay seit über 45 Jahren. Und da haben wir die Farben der Saison auch drin dazu. Und zu allen anderen T-Shirts selbstverständlich auch bekommt ihr Unterteile, andere Oberteile, Jacken dazu. Ihr wisst ja, wir haben immer alles in der Kombination. Es ist also nicht nur das einzelne T-Shirt, was den Stil ausmacht oder den Typ ausmacht, sondern halt eben das Gesamtpaket der Frau. Ja, und hier das T-Shirt ist auch, wie ihr seht, wieder gerade geschnitten. Ich würde sogar sagen, es hat ein ganz bisschen A-Linie, ist aber vom Farbzusammelspiel sehr, sehr schön. Und auch da habe ich jetzt mal hier die Größe 40. Und ich denke mir, das ist auch eine gute 40 für eine Frau, die auch ein bisschen Hüfte oder halt eben auch Bauch hat, den wir natürlich selbstverständlich nicht haben. Ganz frech und fast zu allen Farbkarten und Jahreszeiten ist natürlich das T-Shirt. Auch da haben wir wieder diesen kleinen Kragen rund. Und denkt dran, eure 10 Euro einzulösen auf die schöne T-Shirts. Und das hier ist jetzt 149,90, aber der schöne Print. Der Gemüsegarten sagen wir immer, die Veggies. Die sind einfach nur total schön und es ist auch eine herrliche Farbe, wo wir alles, was im Schrank halt eben ein bisschen trist und ein bisschen Unfarbe oder nicht Farbe ist, auch mal aufpeppen können. Dann aus der Sportkollektion auch edel von den Farben. Und ihr seht, da könnt ihr das neue Flieder zu anziehen, da könnt ihr wohl weiß zu anziehen, da könnt ihr schwarz zu anziehen. Das ist auch so ein Allround T-Shirt. Hier habe ich jetzt mal die Größe 5 und der 5er Typ in 42. Die Frau braucht das auch in 42, weil das fällt nicht groß oder klein aus, sondern 42 ist 42. Und auch darauf gibt es natürlich euren 10 Euro Gutschein. Und wer jetzt erst zugeschaltet hat, ihr könnt in meinen Online Shop gehen unter www.shop-schöne-heldin.de Und da könnt ihr euch zum Newsletter anmelden und dann bekommt ihr den Code per E-Mail zugeschickt. Ja, und dann komme ich auch schon zum nächsten. Das ist ein ganz beliebter Kragen. Nämlich der... Ich muss meine, ich kriege ja schon wieder Resieanweisungen von hinten, wie ich euch das zu halten habe. Aber ich finde, ihr seht das auch sehr, sehr gut im Online Shop. Das ist gar kein Problem. Ihr habt da wieder ein kleines Schlitzchen. Und das ist jetzt hier die Größe 40. Und ich denke mir, das ist auch eine 40. Das braucht ihr weder größer noch kleiner. Aber das hier macht ein sehr schönes Gesicht, macht eine schöne Rundung, macht einen sehr, sehr schönen Ausschnitt. Also das lieben die Frauen leider. Es ist das Einzige in dieser Saison. Aber ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wann kommt denn endlich wieder dieser schöne Kragen? Der ist so ein bisschen doppelt oder es ist irgendwas drin verarbeitet. Also wie gesagt, sehr, sehr edel und schön. Dann als nächstes haben wir in einem schönen Creme, auch wieder für die warme Jahreszeit, also für den Frühling und den Herbsttyp, das kleine Kapuzenteil. Das hat einen kleinen überschnittenen Arm und ist natürlich für die kommende Saison ein Unterzieher. Weil manchmal denken die Frauen jetzt im Laden, weil wir haben nur noch Herbstsaison, weil Sommerware haben wir keine mehr. Das wäre jetzt noch übrig geblieben aus der Sommersaison. Nein, das ist ein Unterziehpartner für den Herbst, für unter die Strickjacken, für unter die Pullover, für unter die ganzen Bläser, für unter die Blusonjacke und 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 und. Also von daher natürlich jetzt, wenn es noch warm ist, ein und ein Solo und im Herbst halt eben ein Unterziehpartner. Das fällt gut aus und kann durchaus eine Nummer kleiner bestellt werden, weil das hier ist jetzt die Größe 38 und das fällt gut aus. Also für die Frau, die es gern ein bisschen weiter haben möchte, dann die 3 bestellen und für die, die es ein bisschen schmaler halten würden, lieber die Größe 36, also die 2 bestellen. Und ich werde auch immer wieder gefragt, was haben wir denn für Größen bei McCain? Die 1 ist die 34, die 2 ist die 36, die 3 ist die 38 und so weiter bis zur Größe 7 und das ist die 46. Und dann ist Schluss. So, hier haben wir unser Statement T-Shirt, das hat Diversity T-Shirt, ganz genau mit diesen schönen McCain Buchstaben und hinten hat es ein kleines Herzchen aufgedruckt und das ist 99,90. Und dann noch mit einem 10-Euro-Gutschein habt ihr natürlich ein sehr schönes Basic Shirt, eine ganz tolle, schöne Baumwollqualität. Ich gucke jetzt mal gerade in einer auch Reething Together Baumwolle, wo alles nachvollzogen werden kann, wo sie her ist. Aus nachhaltigen, wird durch nachhaltige Praktiken in europäischen Familienbetrieben halt eben die Baumwolle auch hergestellt. Also damit wir auch wissen, aha, wir haben ordentliche Lieferanten und die Lieferkette ist für uns auch nachzuvollziehen. Haben wir auf den Etiketten halt eben auch drei, das ist halt eben einfach, da habt ihr nochmal eine kleine Beschreibung da drauf, warum, weshalb, wofür, wenn ihr das T-Shirt bestellt. Also, aber ich wollte euch sagen, es ist zu, ich suche das andere Etikett und wir haben hier 100% Baumwolle und für den Wintertyp natürlich geeignet. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nicht als Frühlingstyp oder als Sommertyp nicht auch mal ein kleines weißes T-Shirt unter unsere Sachen anziehen können. Ich denke mir ein weißes T-Shirt oder eins mit diesem schönen Druck oben drauf, das kann ruhig in jedem Kleiderschrank, wir sind ja nicht päpstlicher als der Papst. Für den kalten, ja, für den kalten Farbtyp seht ihr hier auch wieder sehr schön eines unserer Basic-Shirts. Das gibt es 365 Tage im Augenblick in dunkelblau und in schwarz. Also das hier ist jetzt mal einmal schwarz und das ist die Größe 6 und meistens verkaufe ich das dann eher einer Größe 5, weil das nicht so groß geschnitten ist. Hier haben wir das kleine Kapuzenteil nochmal in schwarz und für die Schwarzliebhaberin, natürlich, klar, fast jede Frau ist eine Schwarzliebhaberin in irgendeiner Art und Weise, ist das natürlich auch für den Wintertyp ein sehr, sehr edles und sehr schönes Basic-Shirt. Und wir haben hier auch 100% Baumwolle. Der Wintertyp hat natürlich diese Saison, was wir sonst nicht so sehr haben, aber in dieser Saison hat er sehr viel Schwarz und noch nicht so viel Farbe. Aber mit Liefertermin zu Liefertermin wird sicherlich noch andere schöne Farben geben. Das ist ein neues T-Shirt aus unserer Essential-Serie, gibt es im Moment in dunkelblau und in schwarz und ist in allen Größen, soviel ich weiß, vorrätig und ist auch für den Wintertyp und natürlich in dunkelblau für den Sommertyp oder für den Frühlingstyp geeignet. Hier haben wir jetzt, das ist Strick, das ist ein Polo-Strickhemd, sehr edel verarbeitet, sehr, 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 sehr schöne Qualität, ganz weich und ganz kuschelig aus Viskose und dann dieser gestrickte Krage ist natürlich nicht ein einfaches Polo-Shirt, sondern es ist dann wirklich ein sehr, sehr schöner Strickteil, was ihr natürlich ganz edel unter eure Kostümchen, unter eure Hosenanzüge oder mal zu einer schönen Stretchhose tragen könnt. Und es gibt genug Unterteile, die ihr damit halt eben auch kombinieren könnt. Und hier seht ihr es noch einmal in einer hellen Farbe, hier das ist nur, ich mache das mal vielleicht ab, das ist nur, weil der schöne Reißverschluss zugeklebt ist. So, jetzt habt ihr den schönen Ring und auch das, wie ihr jetzt wieder seht, ein sehr, sehr wertiges, sehr schönes Strickteil. Hier habe ich jetzt mal eine Größe 40 und ich habe eine Größe 40 und das passt mir also ganz wunderbar, auch mit sehr viel Oberweite. Sehr edel und es gibt ja viele Kundinnen, die mögen auch nicht unbedingt immer T-Shirts, weil sie sagen, okay gut, die sind mir zu sportlich. Also hier habt ihr mal ein sehr, sehr schönes T-Shirt, beziehungsweise ein Strickshirt, was natürlich sehr edel und sehr wertig ist. Dann auch mal noch für den kalten Farbtyp, besonders natürlich auch für den Sommertyp, dann haben wir das T-Shirt, was wir eben hatten, jetzt nochmal in einem wunderbaren Steinton. So, und hier habe ich meine Größe 38, also wie gesagt, etwas kleiner bestellen, es fällt gut aus, aber der Steinton hat natürlich diese Saison, hat der Strickjacken, hat der schöne Pullover, hat der dicke Outdoor-Jacken, schöne Jeansjacken, kleine Strickteile. Und dieses, wer das gerne mag mit den kleinen Knöpfen hier, der bekommt das auch nochmal in dem Schnitt. Also, hier habe ich sie hängen, da habe ich sie alle beide, könnt ihr sie sehr schön sehen, die eine Kundin hat gerne ein bisschen Ausschnitt und die andere hat gerne ein kleines bisschen am Hals. Also auch wieder zwei sehr, sehr schöne T-Shirts, auch für den Sommertyp geeignet. Und hier, was haben wir hier? Unsere frechen Tiger. McCain, klar, wisst ihr, McCain ist Tiere und die Frau lieben unsere Tiger-T-Shirts und das finde ich jetzt ein ganz besonderes süßes Jahr, aber gleich die ganze Tiger-Familie. Geht natürlich zu allen Steintönen, geht zu Lila, geht zu Schwarz, geht zu Creme und geht zu ganz vielen anderen Farben natürlich auch noch. Auch hier habe ich mal einmal 129,90 minus euren ganz tollen Gutschein, also durchaus auch mal ein schönes Teil, was wir uns jetzt im Monat können auf die Halde tun, dass wir sagen, ah, da wollte ich mir doch noch ein schönes T-Shirt bestellen. Also haben wir gesagt, wir machen euch mal eine kleine T-Shirt-Kapsel und ihr könnt bei uns im Online-Shop schauen, was euch davon besonders gut gefällt. Tja, und ich freue mich natürlich wieder, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder aber die Kunden kommen von so weit hierher, das freut mich natürlich. Jetzt will eine Kundin aus München sogar zu mir kommen, das finde ich natürlich ganz großartig, weil sie so begeistert ist von unserem Kanal und weil sie so begeistert ist von dem, was ich mache. Und das ist natürlich dann mein Lohn, den ihr für mich habt, wenn ihr mir schreibt und wenn ihr zu mir kommt oder bei mir bestellt. Ganz liebe Grüße, eure Walburga. Ihr Lieben, schaut weiter zu und wir freuen uns auf jede Menge YouTube-Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Ihr Lieben, ich grüße euch, eure Walburga vom Fashion Talk, Samstagmorgen. Deshalb differentiate mich selbst apparently Björnim.